Dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Genau. Äh, warte mal. Ich nehme lieber die Flinte mit, als die Gatlinge an. Vielleicht war es jetzt voll ein großer Fehler, die abzulegen. Äh, natürlich. Cool. Bisschen Salz. Danke. Kann ich es vielleicht hier irgendwo auch verwenden? Nein. Okay. Du hast uns hier rausgegangen. Und ich habe nicht die Chiffre gefunden. Ich weiß nicht, wo die ist. Cornelia Slade war scheinbar nur halb nah, halb hell. Ich war nicht sicher, bla bla bla. Zurück zur Hall of Heroes Plaza. Ah, hier scheint, dass du dich auf der Skala bewegst, ist es so schwierig, dass es für die Gegner, die ich zu treffen. Hier ist ein kleiner Krieg. Los. Bitte sehr. So. Klack. 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 Ach, shit. Doch, so machen wir das und dann machen wir Krell. Natürlich sehr schlau. Ja, genau. Ja, genau. So, die Kerle sind beschäftigt. Doch nicht mehr. So, der ist weg. Der ist auch nicht mehr. Jetzt. Fertig. So, der ist auch wirklich froh, wenn sie wieder. Besonders. Na dann. Schon dabei. So ein fliegendes Geschütz, okay, cool. Panzerfaustmuff. Hey, hier dürfte eigentlich nichts mehr liegen. Das war ja hier schon. So, lass uns hier abhauen. Okay, aber nicht auf diese Seite, sondern auf die Seite. Huba. Sie sind alle weg. Okay. Aha. Mann, immer beim Nachland. Heiß abgeschützt. Ja. Ich schaue ihn an! Das wird schnell gehen. Wow. 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 Was machen wir? Was machen wir? Du hast keinen Rückraum. Ich hab noch nichts. Perfekt. Der hat mich geschossen auf ihn. Wieso nicht? Das ist echt cool. Da ist nix. Was war denn das? So, lass uns weiter. Shit. Das sind wieder mehr. Bist du da? Das ist Bock in der Bronco. Da ist er! 2 daneben. Idiot. Sag mal her, danke. Du Arschloch. Steck zur Seite, steck zur Seite. Was? Was? Ist das alles okay mit dir? Was? Fertig. Seh. Du alter kranker Mistkerl. Hast du die Hosen voll, Jonchen? So, komm mal her, du. Huh? Wow, was war denn das? Hälftet euch an seine Fersen! Der, den kommt nicht! Was ist jetzt schon wieder los? Schnell nachladen. Vorbei? Bitte, es soll vorbei sein. Ja, ich glaub schon. Ich heiße Bukka. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Bukka. Wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Hm? Wo? Wo? Wo ist Ausrüstung? Warte, meinst du das Zeug, das hier rumliegt? Ey. Oh, der chillste. Hier ist ganz cool. So, alles klar, Kameron. Wir müssen die Gondel anbauen. Oh, Gott. Ohhhh! Ohhhh! Kann ich damit aufhören? Okay, aufhören. du dreck sind alle weg Oh, das ist ja der Patriot. Ey, ich hasse die. Ich habe doch wieder was. Ah, hier. Perfekt. Ach, ein Klo überrascht. Ja, wie gut. Mein Pinkeln gestört. Das haben sie einfach nicht erwartet. So. Können wir von hier jetzt abhauen? Haben wir alles? Ja, ich glaube schon. Wer ist da drin? Kein Lack. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst, diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Hm. Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob es geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein riesen Unterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Ja. Da hast du recht. So, jetzt kann ich das eigentlich machen. Fügt mir ein Cluster für einen größeren Wirkungsbereich und mehr Schaden hinzu. Wie wirkt das Opfer von Killer Crane zu Crane fallen werden? Okay. Das ist auch nicht schlecht. Das größere Rad ist echt noch das hier. Woppa! So, perfekt. Kommen Sie wieder, wenn Sie überfahren ausbefügen, mein Freund. Was ist das mit dem Angebot? So, voll. Alle auch voll. Karabiner. Machen wir voll. Der Rest ist voll. Alles klar. Passt. Hier. Die Kasse. Danke. Na, also. Lass mich in. Hier. Wozu hab ich den jetzt eigentlich angehört? Und die Gondel. Die Gondel kommt! Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elisabeth. So weit er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Stark. Bog. Wo kommt das scheiß Ding jetzt? Wahha